Hi und herzlich willkommen zu ProBarm Records. Mein Name ist Moritz und ich möchte dir mit meinen Videos zeigen, wie du deine eigene Musik unkompliziert und einfach aufnehmen und mixen kannst. Heute geht es um folgendes Phänomen. Du willst zum Beispiel Gitarre aufnehmen oder auch Gesang, hast alles verkabelt, eingepegelt, drehst auf, spielst und hörst dich doppelt. Hörst du das, dieses kurze Delay? Das willst du natürlich nicht, das ist irritierend. Woher kommt das? Was hat es damit auf sich und wie kann man damit umgehen? Darum soll es heute gehen. Das große Thema dahinter nennt sich Software Monitoring. Wird in Logic über diesen kleinen grünen Button aktiviert oder deaktiviert und bedeutet, dass dein Signal einmal durch das Mischpult von Logic durchgeroutet wird mit dem Plugin, in dem Fall diesem Gitarren-Aim, bearbeitet wird und wieder in deine Boxen kommt. Gleichzeitig habe ich hier ein Mischpult, das ist hier ein Browser von meiner Motu Soundkarte. Und wenn ich da mal spiele, dann siehst du hier, dieser Kanal ist das. Da geht mein Signal auch rein, geht auch auf die Boxen. Das heißt, wir haben einen Signalfuß, der doppelt ist. Einmal vom Mischpult rein, direkt auf die Boxen und einmal in Logic rein und durch die Plugins durch und dann auf die Boxen. Deswegen hören wir uns doppelt. Und weil Logic eben Zeit braucht, das Signal zu berechnen, diese sogenannte Latenz, hast du vielleicht mal gehört, höre ich das Signal doppelt. Wenn ich das nicht will, und ich will das eigentlich nicht, weil das nervig ist, dann muss ich eine von beiden Signalen stumm schalten. Also ich kann zum Beispiel hier im Mixer das auch stumm schalten, nochmal in Logic gehen. Und jetzt habe ich das Signal nur noch einmal. Das heißt, du musst dich eigentlich entscheiden, willst du das softwarebearbeitete Signal hören oder willst du das nackte Signal am Mixer abhören? Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt mit dem Logic Mixer arbeiten willst oder mit dem Plugin, mit dem Gitarren-Amp, dann musst du zwingend Software-Monitoring aktivieren. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit einem Hardware-Amp und mit einer Hardware-Boxen-Simulation. Ich muss dann Software-Monitoring ausmachen, dass ich eben nur das höre, über den Mixer geroutet, den ich dir eben gezeigt habe. Und dabei ist es egal, ob das wie hier ein Software-Mixer ist, der in Echtzeit arbeitet, weil er auf der Soundkarte berechnet wird, oder ob das ein kleiner Hardware-Mixer ist, der neben dir als Mischpult irgendwie steht. Genau. Es kann Vorteile haben, das komplett mit Hardware zu machen. Ich habe zum Beispiel hier auch die Möglichkeit, einen Hall drauf zu geben. Ich mache Logic nochmal aus. Und hier wieder an. Kann ich auch Hall dazu machen. Es ist für Gitarre nicht so wichtig, aber wenn du mal in die Situation denkst, wenn du einen Sänger oder eine Sängerin aufnimmst, die haben das manchmal ganz gerne, dass sie ein bisschen Hall auf dem Kopfhörer haben. Und sowas kannst du gerne oder gut einfach mit einem externen Mixer realisieren. Denn fairerweise muss man aber sagen, dass die aktuellen Rechner der heutigen Generation so schnell sind und so flott unterwegs sind, dass du auch in der Software sowas bauen kannst. Dass die Verzögerung so knapp ist, dass die das gar nicht groß mitkriegen. Wenn du da auf die kleinste Stufe gehst, ich habe hier 32 Samples, glaube ich, auf diesem alten Rechner sogar, das kriegt keiner mit. Das heißt, du baust dir in deiner Software ein Routing-Szenario, wo der oder diejenige ein bisschen Hall auf dem Kopfhörer hat. Und hinterher kannst du es dann aber, also nimmst quasi das Signal nackt auf und kannst es dann hinterher noch entscheiden, wie du das machst. Genau. Aber einfach noch kurz zu mitnehmen, Software-Monitoring bewirkt, dass das Signal einmal durch deine Software geroutet wird und dadurch eine Verzögerung bekommt und du oft gleichzeitig halt über irgendeinen Software- oder Hardware-Mischer das Signal noch ein zweites Mal hörst. Und da musst du dich einfach entscheiden, was du hören willst und das andere dann einfach ausmachen. So einfach ist es und dann steht in der guten Aufnahme eigentlich nichts mehr im Wege. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.